Ja, vielleicht sagt Ellen Anders ein paar Worte zu Afghanistan, wie immer aus dem Stehgreif. Natürlich ist es nur meine persönliche Meinung, meine Expertise. Ich bin gerne bereit, mich kurieren zu lassen und fangen wir vielleicht einmal an, warum eigentlich Afghanistan immer wieder im Brennpunkt steht. Es wurde auch Alexander der Große erobern, die Briten, die Russen und dann später die Amerikaner und die Verbündeten und KV-Mächte. Warum eigentlich? Wann sind die Amerikaner und die sogenannten Verbündeten NATO-Kräfte auf Deutschland in Afghanistan eingefallen? Man schreibe das Jahr 2001. Aufgrund dieses inszenierten Anschlags von neuen Elemen, wo einfach die Twin Towers gesprengt worden sind, also dies ist mittlerweile schon bewiesen, hat man hier einen Vorwand gefunden, wie es die Amerikaner Schriftge genommen hat, um hier in Afghanistan einzudringen. Das war 2001. Man darf nicht vergessen grundsätzlich, dass Afghanistan weltweit für die Opiumproduktion verantwortlich ist. Für die weltweite, es werden glaube ich 80 oder 90 Prozent des weltweiten Opiumbedarfs dadurch gedeckt, durch Afghanistan. Opium ist der Rohstoff für Morphium und später für Heroin. Mit Heroin finanziert auch der CIA seine verdeckten Kriege. Das kann man im Brückhaus die Drogenlüge nachlesen. Es ist alles recherchiert, man kann alles erforschen. 2001 hat das Taliban-Regime geherrscht. Da war Afghanistan, kann man sagen, frei von Besatzungsmächten. Und die Taliban, ein anderer Name, der was eigentlich bekannt, mehr bekannt ist aus allen Generationen, sind die sogenannten Mujahedin, sind die heiligen Krieger, die was Ernerland verteidigen. Das ist Ernerland, Ernerkultur geht niemandem so an. Und die haben natürlich 2001 sofort die Opiumproduktion zum Erliegen gebracht. Das heißt, die weltweite Opiumproduktion war zumindest auf einem absoluten Rekordtief. Wenn man zum Beispiel nachgoogelt, sieht man sofort den Diagrammen, wo einfach die Opiumproduktion alle Jahre auf einem Rekordniveau war. Und 2001 dann abgesagt ist und dann, wie die Amerikaner und die Verbündeten wieder im Land waren, ist die Opiumproduktion und die Heroinproduktion wieder auf einen normalen Level gestiegen. Also das ist sicher vielleicht ein Grund, dass es hier nicht primär um seltene Ehren und Rohstoffe geht, sondern einfach um Heroin. Und man sieht dann oft auch Fotos, die was mittlerweile schon schwieriger zu finden sind, wo amerikanische GIs diese Opiumpelder bewachen. Ja, das war natürlich 2001. Man hat natürlich nie Kontrolle über das Land gehabt. Das ist ganz klar. Es hat dann sehr viel blutige Verluste gegeben. Und man darf nicht vergessen, viele Afghanen haben natürlich dann mit den Besatzungsmächten kollabiert. Also haben natürlich Verbündnisse eingegangen, haben mit denen mitgearbeitet. Das war dasselbe, wie zum Beispiel Hitler, die Frankreich besetzt hat. Das war aber grundsätzlich auch kein Kriegsverbrechen, weil Frankreich hat vorher bereits dem Naziregime den Krieg erklärt. Das heißt, es war völkerrechtlich und nach der Hager Landkriegsordnung völlig legitim, hier einfach Frankreich zu besetzen. Und damals hat auch Hitler dann Frankreich geteilt. Der Süden war vollkommen unabhängig und das Vichy-Regime hat mit den Nazis damals zusammengearbeitet. So ist in Afghanistan auch. Also die Regierungstruppen, die eingesetzte provisorische Maronettenregierung, hat natürlich mit den Besatzungsmächten zusammengearbeitet. Es sind dort auch dann Soldaten ausgebildet worden. Man hat ihnen Kriegsmaterial gegeben und so weiter. Das Ganze ist über viele Jahre gegangen. Wie dann die Trump-Administration gekommen ist, also Trump, gerade in der Trump-Administration ist es signifikant, dass er einfach hier vier Jahre lang Amerika keinen Angriffskrieg geführt hat. Und er wollte auch die Truppen wieder zurückholen, nach Hause holen, was er teilweise da getan hat. Und man redet jetzt hier von 2021, was ist passiert. Natürlich, man hat es aus der Geschichte nicht gelernt. Also jede Besatzungsmacht hat gegen die Mujahedin, gegen armselig und Anführungszeichen bewaffnete Freiheitskämpfer verloren. Ob es jetzt die Frazions waren, die Briten, die Russen. Also alle haben Niederlagen eingesteckt. Es war natürlich jetzt militärstrategisch voraussehbar, dass es hier zu einer Niederlage führt. Und was sind die Konsequenzen daraus? Man merkt jetzt, dass es die Mujahedin wieder die Macht übernommen haben. Und die Mujahedin sind natürlich in einer Kultur, in einer religiösen Anschauung, in einer Philosophie, viel natürlich radikal-islamistisch. Was ja in ihrem Land ihr Recht ist. Es hat sich kein anderes Regime da einzumischen, wie sie eher in einer Kulturen, eher in einer Religion ausleben. Natürlich die Verbündeten, die verbündeten Afghanen, die was jetzt mit den NATO-Truppen hier im Bündnis waren, stehen natürlich jetzt auf der Abschutzliste. Und darum ist natürlich jetzt ganz klar, es so, dass es nämlich eine riesengroße Flüchtlingswelle gibt. Man redet hier teilweise von drei Millionen Afghanen, die auf der Flucht sind. Ja, wohin gehen sie? Nicht in die muslimischen Machterländer, sondern sie wollen natürlich nach Kerneuropa, sprich nach Deutschland. Dass das Ganze natürlich ein abgekattetes Spiel ist, das was einer globalen Agenda dient, liegt hier offenkundig auf der Hand. Dass man will bewusst, dass uns deutsches Volk damit schwächen. Man will hier Brandherde importieren, wo man natürlich auch sagen muss, nicht die Afghanen, die was jetzt flüchten sind, die Bösen, auch sie sind nur Bauernopfer in einer größeren globalen Agenda, die was hier verheizt werden. Man merkt, viele spielen hier mit. Und natürlich, das ist ganz klar, wenn wir jetzt Afghanistan aufnehmen, dann werden wir natürlich auch Zustände bekommen, wie in Afghanistan, sprich den radikalen Islamismus, werden wir natürlich hier vermehrt nach Europa importieren. Und ich bin keinesfalls ein Feind des Islam. Ich habe viele Menschen, die was ich kenne, die was diese Religion auch anhängen, die was ich aus meinen Brüdern und Schwestern betrachte. Aber natürlich dieser Dschihad und Missionseifer, der was es hier dann wahrscheinlich dann wieder vermehrt verstanden geht, den lehne ich natürlich ab. Weil jeder ist Volk und jede Kontur sollte ihr seine freie Meinung behalten. Hier gibt es viele, die was dieser Agenda unterstützend mitwirken und vielleicht nicht oft das Große und Ganze durchschauen. Also nur mal zurück, es hat sehr viel mit 9-11 zu tun. 9-11 wurde unter anderem inszeniert, weil die weltweite Heroin-Produktion in Afghanistan nicht mehr sichergestellt wurde. Darum hat man auch, das war ein Grund von vielen, warum er dort eingegriffen hat. Und jetzt, warum sich jetzt alle, diese Besatzungs-Truppen da hier zurückziehen, ist auch wieder meiner Meinung nach eine globale Agenda. Das war natürlich automatisch eine Flüchtlingswelle, eine große auslöst nach Europa, um hier auch weiter Europa zu destabilisieren. Natürlich auch primär das, was um das deutsche Volk geht. Natürlich die Frage ist, was können wir dazu beitragen oder dagegen machen. Ich erinnere mich einfach an ein Wort aus den Heiligen Schriften, sehe zu, es unterschreckt nicht, wie Jesus immer gesagt hat. Also hier sich nicht von diesen Hiobsbotschaften und Schreckensmeldungen einfach hineinziehen lassen. Auch wenn es geht, hier nicht Partei zu ergreifen, dass man sagt, die bösen Flüchtlinge, nur noch zu betonen, auch das sind Bauernopfer. Und natürlich fühlen sie sich jetzt durch die Europäer und Amerikaner in den Stich gelassen und haben natürlich auch dementsprechend eine Entzuhren, würde ich sagen, auf uns. Und den werden sie natürlich auch uns spüren lassen und sie werden natürlich auch zu uns kommen. Das heißt, das was wir insofern dort gesät haben, werden wir auch ernten, dieses Chaos, diese Destabilisierung. Ja, und somit schließt sich der Kreis wieder. Und natürlich wird es noch sehr interessant werden, die Entwicklung. Ich kann wieder sagen, seht ihr zu und erschreckt nicht und lasst euch nicht hier hineinziehen in irgendwelche Beteilungen und Späutungen. und es sind natürlich haben die Politiker hier sehr wohl schuld. Sie sind Befehlsempfänger, aber es ist hier eine globale Agenda, die was hier im Werk ist, die was bewusst diese Dinge steuert. Wir können eigentlich nur so weit unseren Beitrag dazu leisten, dass wir diesen Kräften in keinerlei Art und Weise einfach die Energie geben. In Form, dass wir vielleicht darüber aufregen, schon gar nicht über die Flüchtlinge, aber auch hier nicht dann sagen, okay, wir sollen Refugees welcome, das ist auch eine sehr gefährliche Angelegenheit. Es ist mittlerweile schon ein Pulverfass, was da hier entsteht und es werden sicher noch etwas halbgere Zeiten hier in Europa auf uns zukommen. Das ist gewiss so und ja, wir werden auch da durchgehen, durchgehen müssen und alles passiert einfach auf das Prinzip Saat und Ernte.